Hallo und herzlich willkommen zu dem etwas anderen Video. Heute hat San Diego einen riesen Kracher wieder rausgeknüppelt. Wir haben wieder Jahre nichts von ihm gehört und jetzt kommt er wieder aus dem Nichts mit einem 30 Minuten Video. Er liebt das Ding. Ich glaube, alles in seinem Leben dauert 30 Minuten. Ich bin turbo gehypt. Ich wollte eigentlich ganz normal eine Reaction zu Capital machen, noch eine von Contra K hochladen und dann sehe ich das. Dann sehe ich das und denke mir, ach du verfickte Scheiße, da müssen wir rein. Ich möchte mich vorher nochmal entschuldigen und zwar wird dieses Video etwas anders sein. Ich werde natürlich den Anfang und das Ende wie jedes Mal schneiden. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das innerhalb der Reaction schneide und ob ich es überhaupt schneide, weil das sind echt, das ist echt sehr lang. Außerdem möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen, falls ich irgendwas nicht raushöre, irgendeine Line nicht raffe, nicht direkt beim ersten Mal hören verstehe oder sonst was. Dafür sind wir hier eine Community. Ihr könnt mir gerne weiteren Input in den Kommentaren da lassen. Ich lese mir alles immer durch. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht so lange rum. Wir gehen jetzt sofort rein. Let's go! Boah, ich bin so nervös, ne? Alter, schön mit Daniel Slotin wieder. Kennen wir. Das ist schon sehr oft gesehen, was an Diego. Boah, ich bin so gespügt. Oh, das ist der Ding. Ihre Mutter war dagegen. Sie hatte nur Vaters Segen. Die Zukunft war verschwommen vor den Augen schwarzer Nebel. Heiratet aus Liebe, sucht nur seelischen Frieden. Doch du hast deine Tochter aus der ersten Ehe verschwiegen. Du kranker Mensch, hast deine Lügen fast schon selber geglaubt. Und hast das Kind geleugnet, sie als kleine Schwester verkauft. Dir habt der Mutter ihre Tochter aus den Händen gerissen. Sie erpresst mit Gerüchten, ohne schlechtem Gewissen. Neue Stimmlage auf jeden Fall von Sunny. Jedes Mal, wenn er wiederkommt, haben wir eine neue Stimmlage von ihm. Okay, es geht scheinbar direkt um Mois, Zeus, wie auch immer. Ich dachte, ich bin die Kapitel hier immer durchgegangen. Ich dachte, hier geht es erst um Zeus, aber scheinbar noch nicht. Habt ihr nicht alles angedroht? Du hast bei jedem Rapper vor der Kamera geblasen. Parallel hat deine Mom sie in der Schwangerschaft geschlagen. Sie beschimpft, sie bestraft, sie verwundet, sie gebrochen. Die Story von Anis habe ich gesehen, dass die Mutter von Mois sie wohl öfter geschlagen hat. Ich kann dazu nichts bestätigen. Ich habe weder die eine Seite noch die andere Seite gesehen. Ich kann nur das glauben, was mir gesagt wird. Und beide Seiten behaupten das, was sie selber sagen. Man kann für sich selbst bestimmen, wem man mehr glauben möchte. Und wenn nicht, ich glaube, bei solchen Geschichten lügen beide Seiten immer ein Stück weit. Deswegen immer mit Vorsicht genießen das Ganze. Es ist immer noch Internet, auch wenn man den einen oder anderen mehr mag. Manche mögen eben den Mois mehr, manche mögen eher den San Diego mehr. Aber man muss auch irgendwo versuchen, Sympathie rauszulassen. Ich persönlich liebe die Musik von San Diego. Das ein oder andere Mal hat er natürlich hin und wieder enttäuscht. Mois war bei mir auch schon im Livestream auf Twitch und hat mir 300 Euro dagelassen in einem Video von ein kleines Streamer Geld geben oder sowas. Der hat eigentlich jeden nur 100 gegeben, mir hat er 300 gegeben. Damit konnte ich mir endlich meine Legria Mini leisten. Das ist ein Kindheitstraum gewesen, den er mir dadurch erfüllt hat. Dennoch bin ich kein Arschkriecher. Beides ist, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Versucht da wirklich die Sympathie außen vor zu lassen. Und auch hier in den Kommentaren, benehmt euch. Wir sind alle erwachsen, okay? Und die Welt wird nicht untergehen, wenn Mois recht hat. Die Welt wird nicht untergehen, wenn San Diego recht hat. Und die Wahrheit sagt, die Welt wird sich ganz normal weiterdrehen. Macht es nicht zu eurer Hauptaufgabe. Das möchte ich nur sagen. Genießt euer Leben, habt trotzdem Spaß. Und seid froh, dass ihr nicht darin so involviert seid und betroffen seid. Und das bin ich nämlich auch. Sie hat mir das Herz rausgerissen, wie die Fussel von den Socken. Sie war schwach. Was sie fühlte, war kein Liebeskummer, Alim. Sie war nicht mehr deine Frau, sondern nur Schwiegermutter, Sklavin. Es war, als wäre sie lebend in Jehannim gefangen. Sie hat die Welt nicht verstanden, geplagt von Selbstmordgedanken. Da könnt ihr noch in tausend Statements ihre Worte verdrehen. Doch eure Mutter wollte an dies mit Druck das Sorgerecht nehmen. Sie rannte aus der Wohnung, sah nur noch das Scheinwerferlicht. Der Tod war besser als zurück, wenn man am Leiden zerbricht. Der Wagen hat gebremst, es hat sich offenbart. Ihre Zeit war nicht gekommen, das war nicht Gottes Plan. Sie ging nie wieder zurück in dieses Elternhaus. Österreich, ein Mädchen schafft es aus dem Keller raus. Kurz daraus... Worauf ist das eine Anspielung? Das kenne ich leider nicht. Das Keller ist einfach... Ah, oh mein Gott, ich hab's. Okay, sorry, Alter. Okay, Keller, ja. Wegen Mäus Keller, ne? Sie hat's rausgeschafft. Boah, sehr schönes Wortspiel. Ich werde hier musikalisch drauf eingehen. Ich tue jetzt so, als würde es nicht direkt an Anis gehen. Also, tut's natürlich. Deswegen ist es auch ein mieser Gänsehaut-Moment. Aber, äh, ja. Man muss halt einfach ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt bei der Thematik. Musikalisch gesinkt, geisteskrank. Schöne Wortspiele, sehr schön. Richtig geiles Setting, Alter, wie das hier aufgebaut ist. Das sieht so episch aus. Darauf sind sie nach Deutschland gezogen. Abonnenten stiegen, langsam wurde Mäus abgehoben. Sie hatte keine Küche und nicht einmal Bodenmatratzen. Du hast sie ganz alleine schwanger in der Wohnung gelassen. Keine Freunde, keine Family, so weit von der Heimat. Sie hat den 20. Geburtstag ganz alleine gefeiert. Keine Krankenversicherung, keine Arztbesuche. Für ein gesundes Kind gebetet. Schmerzen in der Magengrube. Alter, ey, wenn das alles wahr ist, ne? Das ist so krass. Das ist so, so krass. Ich glaube aber wirklich, also wirklich richtige Beweise werden wir niemals sehen. Aber Alter, das ist schon hart. Man denkt sich auch, sowas auszudenken ist, ähm, das kann sie eigentlich nicht. Du Heuchler, sie hat Möbel aus Kartons gebastelt. Währenddessen hast du für Fake Friends und Restaurants gehustelt. In der Anfangzeit nicht mal ne Küche besorgt. Sie musste immer wieder betteln für ein bisschen Support. Krass. Keine dieser Absteigen war kindgerecht. Doch du stellst dich als Messias da im Internet. Ihr habt mit deinen Brüdern in vier Wänden gelebt. Einfach zu fünftem Apartment. Junge, wir haben echt ein San Diego-Ding. Ich kann das nicht mehr. Das ist so krank. Das ist so, so krank. Digga, in welcher Zeitlinie wir leben. Was? Digga, als ob. Als ob die eingesperrt wurde. Digga, der kleine Seitenstich. Vater Gott in teuflischer Gestalt. Sie hat alles gegeben, doch kein Respekt gekriegt. Das wär alles nicht passiert, hätt Abu selbst die Hundescheiße weggewischt. Du hältst Leute auf, die deine Fäh- Das, das hab ich nicht mitbekommen. Was ist mit Abu, was hat er, was hat er machen sollen? Family bedrohen, hinterließ verbrannte Erde, bist nach Belgien geflohen. Weil du jeden hintergehst, bringst die Kinder in Gefahr. Lässt der Tiller einfach da, machst bei Instagram aufs Tag. Belgien, Braunschweig, Karst, Ratingen, Fehler machen, weglaufen, nie etwas begradigen. Deine Eltern, Dronanis, mit Blut, Drache, Mord, sagt es selber, dass dein Vater sie am Flughafen storkt. Deine Feinde, deine Brüder, deine Eltern, deine... Okay, das schien dann wohl bewiesen zu sein, wenn man uns das schon selber zugegeben hat. Das mit dem Schlagen hat er auch zugegeben. Da lief auf jeden Fall einiges nicht vernünftig, äh, nicht vernünftig. Das ist einfach wahnsinnig, ne? Wie, wie momentan wirklich alle YouTuber fallen und alle exposed werden. Das ist so krank. Das ist, das ist so schade. Es ist wirklich nicht schwer, ein guter Mensch zu sein, ne? Es ist wirklich nicht schwer. Deine Taten, deine Lügen, deine Drogen, deine Schläge, sieben Jahre, eines Tages, Goldmann Tower, Pilze rauben dein Verstand. Fährst nach Hause völlig drunk, dann erhebst du deine Hand. Das sind Beisein der Kinder, sie musste Todesangst haben. Hast ihr die Luft abgeschnürt, Kopf auf den Boden geschlagen. Tränen sind geflossen, Ehemann besoffen und auf Pilze, sie hat schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Also ich werde das Ganze jetzt einfach mal, um es auch mir selber leichter zu machen für Direction, ähm, aus der Perspektive sprechen, wenn das Ganze wahr ist. Ähm, das macht es leichter. Wenn Mois einen Song macht, dann werde ich aus der Perspektive sprechen, wenn alles wahr ist, was er sagt. Das macht es leichter. Ich bin, wie gesagt, auf keiner Seite, äh, gerade öffentlich bin ich auf keiner Seite. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das kann man auch gut nachvollziehen. Aber das ist schon krass. Also wenn das wahr ist, dann heilige Scheiße, haben wir wirklich gedacht, dass es so ein herzensguter Mensch ist. Der gerne das Geld für andere verschenkt, einfach nur, um anderen einen Gefallen zu tun. Ich sehe das Ganze auch so, wenn man jemandem Geld schenkt, das Ganze aufnimmt und ins Internet stellt, dann finde ich das nicht verkehrt. Dann hat der Obdachlose Essen, Kleidung, Geld, Win für ihn. Der Content Creator hat Content, kann er hochladen, kriegt er monetarisiert, kann noch mehr Menschen helfen damit. Und andere Menschen motivieren das zu machen. Und wenn man denjenigen fragt, dass er im Video ist und ob es okay für die Person ist, auch wenn es ein Obdachloser ist, dann ist doch wunderbar. Wenn dann jeder einverstanden ist, Win-Win, ist doch hammergeil. Also ich sehe da eigentlich kein Problem mit, aber tja. Boah, das habe ich auch mitbekommen. Das habe ich auch mitbekommen. Ständig Dauer, Stress und Krieg. That's the sound of the police, wenn du in Braunschweig Messer ziehst. Schämst du dich nicht, wenn du ihre blauen Flecken siehst. Der Kanal hätte heißen müssen, how I slap the knees. Ihr denkt das sei... Ich glaube gar nichts. Ich denke da gar nichts. Weil die Gebrüder Grimpf versuchen ihre tolle Mama mit Märchen reinzuwaschen. Alter, was ist das für ein Video? Boah, ist das schöne Atmosphäre. Wirklich hammer Atmosphäre. Was sagt die hier zu? Jetzt sagt nicht, es kommen Beweise, die wir noch nicht kennen. Bro, bro. Okay, warte, warte, warte. Das geht ein bisschen zu schnell. Warte, warte, warte. Er redet zu schnell. Er redet schneller eine ausländische Sprache, als ich Deutsch lesen kann. Ich habe keine Leute. Ich muss das jetzt... Ich brauche keine Leute. Ich brauche nichts. Ich will einfach sterben. Verstehst du? Weißt du, wie viele aktuelle Situationen bei deinem Sohn ist? Wegen seiner eigenen Mutter und seiner eigenen Familie lassen ihren Sohn seit sieben Jahren nicht in Ruhe. Sie manipulieren ihn. Seine Psyche ist mittlerweile kaputt. Er hat mittlerweile Tattoos. Er betet zwar, aber er verliert sich. Ich verliere mich. Ich will jetzt nicht wieder gesund werden. Oh, er hat das seiner Mom geschrieben. Alles passt. Die Arbeit läuft auch gut. Meine Kinder, Frau und ich leben gut. Wir machen unsere Gebete, aber trotzdem fühlen wir das irgendwie am Ende des Labyrinths. Du uns niemals in Ruhe lassen wirst. Wir leben in deinem Leben. Nicht in unserem. Und so weiterleben wollen wir nicht. Und ich mache mir echte Gedanken, mich selber mit einer Waffe zu töten. Wenn du mich nicht lässt. Was hat er seiner Mom gesagt? Alter, stell dir vor. Oder verstehe ich das gerade falsch? Also er hat es abgeschickt an den Account Mois Mutter. Digga, stell dir vor, du kriegst Nachrichten von deinem Kind, dass es sich selbst umbringen möchte. Entweder mit einem Schuss und so von dieser Welt zu verschwinden. Oder jemand kommt ins Gefängnis, wenn man mich nicht in Ruhe lässt. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keinen Funken Liebe mehr für dich. Nichts. Sagt er zu seiner Mom? Ich bin am Sterben. Wenn du willst, dass ein anderer Mensch Selbstmord begeht, weil du diesen Menschen nicht in Ruhe gelassen hast, dann mach das. Verstehst du? Damit meine Familie Ruhe vor dir hat. Alter Junge, was passiert hier? Werde ich einen Brief schreiben und dich ins Gefängnis bringen? Das ist doch nicht wirklich an seiner Mutter, oder? Hä? Ich raff das nicht. Er wird doch niemals seine eigene... Wala, werde ich. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Wenn du das ein einziges Mal... ein einziges Mal mich bedrohst, noch ein einziges Mal versuchst, mich von meiner Familie zu trennen, ich schwöre auf Koran, dann brauche ich dieses Leben nicht. Ich brauche dich nicht. Ich brauche meine Frau nicht. Ich brauche Saifullah. Äh, Salzabell nicht. Ich brauche Saifia nicht. Ich brauche keinen Luzia. Ich brauche keinen Ga... Äh, Ga... Gaibäck? Entschuldigung, ist... Ich meine... Ich bin Spanier, das ist... Möchtest du meine Leiche schleppen? Verstehst du? Ich werde zeigen, wer ich bin, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Möge Gott dein Leben zerstören. Ich brauche überhaupt nichts mehr. Ich werde sterben, um zu schauen, ob du mich... Ich werde sterben, um zu schauen, ob du mich in Ruhe lässt. Du lässt mich nicht in Ruhe. Du liebst den Sohn nicht. Ah, okay, das ging an Anis. Jetzt habe ich es. Entschuldigung. Wie gesagt, manchmal stehe ich am Schlauch beim ersten Mal gucken und so weiter. Es kann immer mal was passieren. Irgendwas geht an einem vorbei. Bitte nicht sauer sein. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, wirst du sehen. Auf dieser Welt, Mama, hast du mein ganzes Leben zerstört. Doch, es geht doch um seine Mutter. Also habe ich es doch richtig gerafft. Du hast meine Frau zerstört. Du hast meine Kinder zerstört. Du hast unsere komplette Zukunft zerstört. Du hast die Liebe zwischen uns zerstört. Du hast mein Leben zerstört. Du hast alles zerstört. Digga, was zum Fick, diese arme Mutter. Also ja, sie scheint wirklich Anis was angetan zu haben, wenn das Mäus zugibt und so weiter. Und Dingens. Man hat immer noch nicht keinen direkten Beweis. Aber naja. Krass. Krass. Boah, ist das abgefuckt. Ich weiß nicht, was für eine krasse Psychose man haben muss, um das seiner Mom zu sagen. Oder wie unfassbar sauer man auf einer Person sein muss. Aber das zu sagen, zu der eigenen Mutter ist, da wird mir schlecht. Da wird mir richtig schlecht. Es tut mir richtig, richtig leid, dass nicht jede Familie einfach gut sein kann. Weißt du? Wegen dir hat meine Frau Angst vor dieser Welt. Wegen dir hat sie psychische Probleme. Wegen dir ist Liebe zwischen uns, so wie sie ist. Wegen dir ist alles kaputt. Wegen dir... Boah, ich will das gar nicht vorlesen. Ich fühle mich richtig kacke. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach durchlesen. Boah. Boah, mir wird richtig übel. Sie ist die ganze Psyche und ihr Herz kaputt, Hunger. Boah, der jetzt weint ja auch noch. Ich kann das nicht. Wenn andere Menschen weinen, dann weine ich auch. Ich kann das nicht. Ist egal, ob es jetzt ein Mäus ist oder in San Diego oder weiß ich nicht. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es ist... Ich kann das nicht. Ich habe im ganzen Körper Gänsehaut. Wir gucken immer noch ein Video von San Diego. Ich werde dich, sie, noch die Kinder. Ich habe nichts. Ich kann das nicht gucken. Das fühlt sich gerade ganz, ganz falsch an, sich das anzuschauen. Aber wenn er doch so sauer ist, dass die Mutter sie geschlagen hat, schießt es dann nicht er aus? Oder stützt das nicht er seine Aussagen? Ja doch, er hat sie auch geschlagen. Ja, das hat er selber zugegeben. Das ist ja ein Fakt. Boah, so... Oh, Mann, ey. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Du willst nicht mehr, dass meine Familie zurückkommt. Dass wir normal zusammenleben. Du bist der Teufel, verstehst du? Diese Welt ist ein Teufelskreis. Mögt ihr alle meine Leiche schleppen. Eure Mütter. Verstehst du? Mögt ihr alle meine Leiche schleppen. Solange du lebst, ruf ich niemals wieder an. Oh, wie rührend, Möis. Da kommen einem ja fast die Tränen, wenn man nicht wüsste, dass du ein behinderter Hurensohn bist. Boah, nach den Audios sowas zu sagen ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Aber ey, gibt dir das das Recht, deine Frau halbtot zu schlagen, sie einzusperren jahrelang? Hast du nix daraus gelernt? What the fuck? Boah, ist das krass. Also wirklich, auch diese... Also... Ich verstehe, dass San Diego sauer ist, aber so krass empathielos darauf zu reagieren, ist schon krass. Also da musst du auch ein Mensch für sein und auch ein bisschen eine Vergangenheit haben, um das... Also mein größter Feind, mein größter Feind, wenn ich sowas hören würde, könnte ich nicht sowas sagen. Auch wenn diese Person, auch wenn Möis das Ganze gemacht haben sollte. Ist man dann so viel besser, wenn man den dann nach solchen Audios so beleidigt und alles? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, die ziehen sich alle damit runter. Oh mein Gott, jetzt erfahren wir die Geschichte von Möis. Sein ganzes Leben, alter Junge, was passiert dir? Das ist so eine kranke Scheiße. Das ist die schwerste Reaction, die ich je hatte. Ey, ich habe auch auf den Song reagiert mit San Diego und Möis. Ich fand den Part von Möis kacke, habe ich damals auch schon offen zugegeben. Und ich habe die Reaction, habe ich die Vier-Katzen-Rapper genannt. Alter, war ich in den Kommentaren mad, Alter. Wenn ich nochmal einen Seine jagt mir ne... Ah, wenn ich den nochmal... Ich dachte, wenn er jetzt irgendjemand nochmal... Krasse Location aber auch wieder, ne? So, so krass. Wow. Gut, wir haben ne 11. September-Line auf jeden Fall wieder dabei. Die habe ich schon sehr lange nicht mehr im deutschen Rap gehört. Attila war dann auch irgendwann gegen Möis, ne? Der hat dann ja gesagt, dass die ganzen Spenden nicht angekommen sind in der Türkei. Hab dich trotzdem rausgeholt, dann kamst du Hund wieder an Cashflow. Aber wann bezahlt der Hackmeister die Schulden von Maestro? Du sind vertanzt Geschenke, Fischien und Spaghetti-Break. Arme Fans, dein Mundgeruch ist ätzend wie Pfefferspray. Man hat dich dafür geblämt, dass du gestohlen hast, Neville. Doch meistens Mikrofon zu rippen war ne Wohltat, Neville. Alem, du warst... Okay, das ist schon lustig. Das ist schon lustig, ne? Ich glaube, das bezieht sich auf den Raub im Keller. Jemals Dealer zwischen Ghetto-Fassaden Und wenn du Kugeln verteilt hast, dann in den Shadow-Arkaden Du Eisverkäufer, bring mir Haselnuss und Stracciatella Nachbarnasen, Schnuff im Rattenkeller Macht der Straßenhund auf Mafia-Fäller BBM, Bankenlieder, Akagami, Schenks Ein... Boah, ist das krass. Dann Diego ist zurück und das mit der Thematik. Fort sieben Autos, dreißig Cousins Du kannst vor uns fliehen, doch du bist von der Fahrbahn abgedrängt Drei Kugeln, acht Jahre in der Prada-Tasche, Plam Irgendwann kriegst du einen Schlag am Fall von Schem Nur Skandale vor der Cam Nur Verarscher an die Fans Fünf Millionen Deal, aber auf der Sparkasse kein Cent 4-Bro-CEO, der in der Lagerhalle pennt Ja, das mit den 4-Bro-Thematik Das war vielleicht auch nicht so schlau, Mäuse daran zu holen Um die Marke wieder zu beleben Das war, glaube ich, ein Schuss in den Ofen, wie Team Rocket jetzt sagen würde Ja, ja, das war schon schwierig Rentengeld, Veruntreuung, schwerer Skandal Dafür wirst du in diesem Leben und im Nächsten bezahlen Weil du das PayPal-Money ausgibst Für Nonsense und Bader Dieser Junkie ist kein Ehremann, nur Content-Creator Hunde in Rumänien, Afrika, Türkei Weil du alles machst für Hype Wieso hast du keinen Beweis? Wohl die Gelder hingeflossen, sind nix dokumentiert Zwei LKWs, paar hundert Cash Hauptsache Promo funktioniert Ah, ehrenloser Peach macht nicht auf Ah, das ist so mies Da ist echt einiges falsch gelaufen Man muss auch dazu sagen Das haben jetzt schon sehr viele sehr oft gesagt Mit der Türkei-Thematik, mit der Geldspende Warum hat er nicht einfach ein Video hochgeladen Wo er gezeigt hat Hey, guck mal, ich hab's bezahlt, alles gut Kam nichts Es kam nie irgendwas Und das ist halt ein Riesenproblem Es ist sehr viel schief gelaufen Es ist sehr viel Social-Media-PR-technisch Hätten sich viele Teams Hätten die Mois Im Vertrag mit drin Hätten sich die Hände beim Kopf zerschlagen Wie er sich verhält Online Wirklich For Bros Er beleidigt Leute im Internet währenddessen Das geht gar nicht Irgendwie Ichfickdeinvater.com Hat ja in seiner Instagram-Bio stehen Dann, wie gesagt, nochmal Das mit der Spendenthematik Kein Video, gar nichts Er hat niemanden abgemahnt Weil er vielleicht auch vor Gericht Eben nichts beweisen konnte Dass es wirklich gespendet hat Sehr viele Fehlentscheidungen Was vielleicht auch auf den Drogenkonsum Zurückzuführen ist Aber das ist leider auch keine Ausrede Ich glaube, da muss ich mal ganz kurz widersprechen Ich glaube, dass jedes Video Wo Mois Geld verschenkt hat Das davon Vielleicht war da ein, zwei Videos fake Keine Ahnung Aber grundsätzlich war davon nichts fake Die 300 Euro hat er nicht zurückgezogen Die er mir gespendet hat Die habe ich bis heute Und ja, wie gesagt Also er hat auf jeden Fall Wirklich Geld gespendet So ist es nicht Den Leuten hat er was gegeben Das kann ich bestätigen Als jemand, der Dingens ist Wenn das jemand nicht glaubt Wenn das irgendwann mal ein Aufruf wird Ich kann es auch Ich hoffe, ich kann es noch beweisen Aber ich glaube, ja Paypal kann man auch Jahre zurückgehen Das war 2022, 2021 Irgendwo da muss es gewesen sein Das war auch im Livestream Also vielleicht der ein oder andere Zuschauer Der mir bis heute noch treu geblieben ist Kann das auch noch bezeugen Boah, Junge Was für gottlose Line, Alter Boah Alter, Man in the Mirror Ist aber wirklich funny, Alter Man in the Mirror Ja, Mois macht sich gerade nicht viele Freunde Er hat wieder ein paar Judenfeindliche Dinger gedroppt Er hat scheinbar Einfach generell gegen Türken geschossen Dann die ganze Rap-Szene Willa Beef Das ist schon Ist nicht wenige Feinde Die er gerade hat Ist das wahr? Weiß man das? Gab es da wirklich eine Schlägerei in Dortmund? Wie geil ist das denn? Wie aus kommt kein Burgerladen Dafür wird man irgendwann Ne Kugel in dein Körper jagen Prime und dein Hype vorbei Ohne Fleiß Kein Preis Und ohne Manuel Sind kein Nice Oher Scheiß Du verrätst deine Brüder Und bläst für Livestream mit Boo Gib dir Stiche in dein Rücken Wie beim Whitebeard-Tattoo Hände deine Fresse Und hör auf, damit Flicks zu machen Ich glaube ich deine Mutter Die dieselbe ist Vor dir flicken muss, Bro Läufst du vor Polizei Vor Mafia Vor Illus Oder vor dir selber weg Vor dir selber weg Du bist auf Mary Jane Auf Abiyat Digga, die Endnips sind krass Die Endnips sind wirklich krass, Alter Das ist so abgefuckte Scheiße, ne? Das fühlt sich alles an wie eine Simulation Das kann alles nicht mehr echt sein Die Mike Buffer Aber du musst weg Renn vor Löwen Und dem Wolfsrudel Sollte ich, dass du nicht tot bist Krassbar Mäus schlägt Danis Und gibt Danis Die Schuld für Trennung Mäus beleidigt auf TikTok Und gibt TikTok Die Schuld für Sperrung Macht rassistischen Shit-Doc Verliert sein Instagram-Account Die Luminaten-Hacker Klar, dass jeder Kinder-Fan das glaubt Aber ich hab nicht gedacht Zu viel guck, zu viel Ach-Luli im Blut Das willst du selber Jude sein Dann sind ja Hoodies verflucht Alleine wenn du blinzelst Ist das schon ein Huren-Summ-Move Normale Abendessen Sam-Aus-Vija-Lus-Interviews Junge Es ist Meidi Ganz kurz mal Pause Ganz kurz Time Das sind sehr viele Vorwürfe In sehr, sehr kurzer Zeit Und ich weiß ehrlich gesagt Nicht genau, was ich da sagen soll Es ist echt traurig Es ist wirklich traurig Mäus hatte alles Der Weg war geebnet Für ein unfassbar Wirklich unfassbar schönes Leben Wofür andere Menschen töten würden Du und ich Ganz normaler Mittelstand Leben besser als 80% der Welt Und er Er hat Weiß ich nicht Über den 1% in Deutschland gelebt Er hatte eine Frau Was auch unfassbar schwer ist heutzutage Wirklich eine Freundin zu haben Und die auch so lange zu behalten Dass man verheiratet ist Und Kinder kriegt Kinder kriegen ist auch Heutzutage schwerer Viel, viel weniger Menschen haben Einen Kinderwunsch noch Und Ja Er hatte alles Er hatte alles Er war berühmt Er hatte Geld Er hatte eine Frau Er hatte ein Kind Er hatte Freunde Und es ist alles Weg Wegen Drogen Ich würde Tatsächlich Den Drogen mit Die größte Schuld geben Unfassbar traurig Wirklich Viele, viele Entscheidungen Dann noch natürlich Ähm Tja Gier Drogen Und dein Leben ist vorbei Sieben Jahre Raumpfleger sein Niemals rausgehen Allein Häusliche Gewalt Vier Finger Frauenschläger Style Du wärst gern Rapper Aber hast noch nie Ein Beat gefickt Und hast du mal stabile Hits Dann höchstens in Anis Gesicht Wäre versp... Boah, das ist so böse, Alter Eieiei Das ist auch so absurd Künstlerischer Pack Dass es auch auf irgendeiner Weise Irgendeinen Humor trifft In meinem Hirn Aber hast noch nie Ein Beat gefickt Weil ich wollte gerade Ich wollte gerade sagen Dass ich die neuen Songs Von Mois Auch echt schrecklich finde Also die Hören sich nicht wirklich gut an Ähm Meinetwegen von Mix & Master Oder so Ich verstehe teilweise Gar nicht die Stimme Und so Weil der Beat zu laut ist Und dann sagt er Die einzigen stabilen Hits Alter Junge Das ist... Fickt und hast du mal stabile Hits Dann höchstens in Anis Gesicht Wäre Versprechen Der weiße Jaguar Gefaked für Klicks Sie hat danach das Auto Nie gesehen Wie Shirin David geht Geschichten aus dem Paulaner Garten Was für ne Frechheit Alles an den Haaren Habeigezogen Wie deine Ex-Wife Holland Familienpoltern Mach's auf Superheld Doch fließt euch ganz Europa Wie die Volga Sponge hat auch was Auf dem Herzen Schon seit längerer Zeit Wir vermissen dich Gary komm heim Nein Kollege Wann kommt Boss Aura 2 Ich habe übrigens mitbekommen Bei den letzten Kollege Ractions Die ich hochgeladen habe Habe ich gefragt Ob das wirklich sein Komplettletztes Album war Oder letztes Soloalbum Das war scheinbar Nur sein letztes Soloalbum Also wer weiß Vielleicht kriegen wir ja doch Nochmal Boss Aura 2 Irgendwann vielleicht Wer weiß In irgendeinem Parallel Gebt mir meinen Account zurück Zeus der HS-King Spendet mir für'n Lachluli Ja die ganzen Kicks Damals Ganz ganz früher noch Da hat er ja ganz viele Kicks Noch vor der Cam gemacht Auch Kellerzeiten Ich find's super interessant Wie viel Humor San Diego In dieses Video reinsteckt Obwohl er da emotional So mit drin ist Das ist schon verrückt Ich glaub das könnten nicht viele Ja das war auch bodenlos Als er seine Kinder beleidigt hat Also das Junge Irgendwann werden diese Kinder Das sehen Dass sie von ihrem eigenen Vater Öffentlich So beleidigt wurden Und das Das ist halt ein Fakt So die Storys hab ich gesehen Das ist krank Auch dass es noch verteidigt hat Danach So Leute haben ja darauf reagiert Die konnten Fragen stellen Für die Story und so Und da haben dann auch Leute gefragt Was das soll und so weiter Und da hat das wirklich verteidigt Dass er seine Kinder beleidigt hat Die werden das irgendwann raffen Die werden irgendwann alt genug sein Und das Ganze mitbekommen Das Moist-Thema ist so großgegangen Das wird in der Deutschrap-Geschichte eingehen Das wird immer archiviert bleiben Und wenn die Kinder Zehn Jahre Elf, zwölf Meinetwegen Lass es sogar noch jünger sein Die werden das sehen Wenn die noch so jung ist Dass sie es vielleicht nicht verarbeiten können Und dann werden die irgendwas mitnehmen Und das ist richtig Richtig brutal Wir wissen Dass Moist wahrscheinlich Keine so allzu geile Kindheit hatte Wenn die Mutter Die Frau Oder die Freundin von Moist Schlägt Dann wird sie wahrscheinlich Auch Ähnliches schon Bei Freunden Oder bei ihm selbst gemacht haben Weil das kommt nicht von jetzt auf gleich Und nur Nicht nur bei einer Person Da musst du schon Da musst du schon Gewaltig Über irgendeinen Schatten Gesprungen sein Dass du da einfach Keine Hemmschwelle mehr hast Wenn du die Frau Von deinem Sohn schlägst Das hat ja Moist auch selbst zugegeben Also es scheint ja Tatsächlich zu stimmen Und jetzt geht das Ganze weiter In die nächste Generation Jetzt nimmt Moist Seine Psychosen Seine Traumatas Und gibt es dann dadurch Über sein Online-Verhalten weiter Bro Das ist echt hart Das ist wirklich Einfach hart Ich merke aber Dass einige Angriffsflächen Sich hier wiederholen Es ist ein anderer Punchstein Aber das mit den Fingernägeln Hatten wir jetzt schon Schon gehabt Und die anderen Dinge Die Angriffsflächen Hatten wir auch schon öfter Unfassbar krank Unfassbar krank Wir tun am meisten Wirklich die Kinder leid In der ganzen Situation Ja natürlich auch Kacke für Anis Natürlich Aber ich glaube Die Kinder tun mir trotzdem Noch ein Stück weit mehr leid Also Verwirrt Hast den Islam verlassen Und bist dann zum Hund konvertiert I'll get you alive Du kannst meinen Schwanz blasen Nichts als Ansagen Von nem Angsthase Jeder weiß im Real Life Dass du Pisser nie deinen Mund aufkriegst Steht Vor dir musst du zittern Wie beim Clubauftritt Verrückter Professor Die Ehrenanstalt Namen sind wieder zensiert Ne Ist die Endstation Wissen das schon Ehrlich gesagt Ziemlich gute Nachmache Bis keiner von den Welfen Deine Nationalität ist Hund Du hast den Islam Es braucht Wir hätten nie zu Gott gebetet Halt kein Islam 400 Euro Basis Hotjar Predigt Ich lass dich Opfer reden Du willst mein Sohn mit 18 auslocken Bruder Er wird deine Tochter daten Du musst dich ducken Vor Konterschlägen Ich dachte jetzt kommt Dass der Sohn Mois Auseinander nehmen kann Dann kam das mit der Tochter Das ist krass Mein Sohn mit 18 auslocken Bruder Er wird deine Tochter daten Du musst dich ducken Vor Konterschlägen Im Koffer AKS Folter Szenen Im Keller Ich kockschelle dich Mit Monsterpenis Es gibt kein Okta-Käfig Es gibt den Kopf Macheten Ich komm mit Rockern Zur Schlägerei Wie Javonta Davis Du Streuner Stinkst nach Kanalisation Deutschlands ungepflegtes Tataller Hohn Ich find's auch schön Wie die Schlange immer eingeblendet wird Wenn Adlibs kommen von Mois Auch nochmal ein schöner Diss visuell dargestellt Ja schade dass ich keine Reaction Zu dem Farid Song aufgenommen habe Ich hab den gehört War sehr funny Soll in deine Mutter rein Du bellender Schwanz Wetter warm Willst du Messer fangen Du wirst im Kofferraum Paket gemacht Expressversamm Dich jagen keine Entertainer Dich jagen NRW La Brada Aber niemand Hast dich mehr als deine Englischlehrer Einmal die Woche duschen Jump von Taxi zu Taxi One Peach Strohhutpenner Junkie Die Raffi Man muss sich Zwangseinweisen lassen Diese Wortspiele sind so gut Du bist der geborene Eisverkäufer Denn du hast dein Name der Waffel Nicht nur nach Messerattacke Also teilweise sind da wirklich stumpfe Sachen Irgendwie Du bist kein Wolf Du bist Blutgruppe Hund Oder irgendwie sowas Jetzt noch das mit deiner Waffel Manche Lines sind echt hartplump Das ist so ne Digga Also so viel Humor reinzubringen Also Retalk Hammer lustig Es wird wirklich die Schlange eben eingeblendet Wenn Mois kommt Krass Ey Okay Oh mein Gott Also da sind teilweise echt sehr sehr gute Punchlines drin Season San Diego Hab ich wirklich vermisst Es wäre noch viel krasser gewesen Es wird natürlich nicht passen Weil es hat Es geht ja San Diego was an Er ist ja mit involviert Da hat ja Spongeboss nichts mit zu suchen Mutig dass er das mit Zeus Mois bringt Mit Schizophrenie Sehr sehr mutig in seiner Situation Muss ich mal sagen Wen hat da alles gesungen San Diego Spongeboss Patrick Bang Aber hey Hey Da möchte ich Da mach ich mal nichts Da mach ich mal keinen Fass jetzt auf Ja Keine Ahnung Sehr sehr krass Sehr sehr lustig Alter Alter ich hab gestern noch die Simpsons Folge geguckt Wo die diese Gottkomplexe in Jerusalem kriegen Diesen Jerusalem Komplex Das macht Mois die ganze Zeit wegen seinem Augentattoo auf der Rückhand Zur Hälfte mit Ansehen Ziemlich sicker Shit Oh warte warte Ist der Vater halb blind oder wie? Was? Echt jetzt? Hat der Vater Mois beklaut? Das muss ich wissen Wenn ihr da mehr wisst Lasst mich das bitte alles gerne in den Kommentaren wissen Sehr schöne Anspielungen auf alte Songs Was? Alter Wir kommen zum nächsten Abschnitt Der nächste Abschnitt heißt Geständnis 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 von San Diego? Was ist das mit den mit den Händen? Und hier nochmal für jeden der die Wahrheit nicht kennt Ich hab gelogen in dem Statement War von Panik gelenkt Doch dieser Bastard hat sie selbst in meine Arme gedrängt Danis ging Alim nicht fremd Sie waren islamisch getrennt 2003 Okay Scheinbar hatten sie Sex Aber sie war getrennt Also komplett auch islamisch getrennt Also komplett auseinander die beiden Dann funktioniert Fremdgehen halt einfach In der Regel nicht mehr Wenn man Schluss macht Denk ich mal Dennoch wir haben keine Beweise Wir müssen jetzt einfach auf das Wort San Diego glauben Oh ich hab mich so auf dieses Musikvideo gefreut Als ich Daniel Slotin gesehen habe Und ich wurde nicht enttäuscht Hammer 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 geil Aus die Tür abnahm die Handys weg Dass niemand Polizei ruft Traurig wie der Köter Immer wieder auf sie einschlug Haare rausgerissen Lies die Chatverläufe Wollte selber dass wir schreiben Wir waren niemals beste Freunde Ehrenloser Während er fast wieder Einen Mord in seinem Bahn begeht Spricht er die Scheidung aus Die Hand auf den Koran gelegt Das alles kann ein Mitglied Der Familie bezeugen Die Kinder schreien Und er schlägt wieder Auf ihren Kiefer mit Fäusten Die Arme hielt es nicht mehr aus Als er sie blutig niederschlug Griff das Messer aus Verzweiflung Noch ein Suizidversuch Alter was ging denn da ab Also wie gesagt Ich reagiere jetzt aus der Perspektive Dass es wahr ist Wenn Mois ein Video hochlädt Werde ich aus der Perspektive Reagieren Dass das wahr ist Was er sagt Krank Das ist richtig richtig krank Handy wegnehmen Damit man nicht die Cops rufen kann Dann einschlagen Und dann sich selbst noch Versuchen zu verletzen Das ist schon sehr abgefuckt Und wenn das noch ein Familienmitglied Bezeugen kann Hat es noch nicht Ist schon sehr heftig Aber ist es da nicht richtig scheiße Dass sich jetzt so viele Leute da einmischen Guck mal So ein Farid Bang Klar Er nimmt das Ganze ein bisschen humorvoller auf Jetzt denke ich mal Als in San Diego Aber wäre es nicht eigentlich Deutlich besser Wenn Mois seine Psychose Jetzt einfach auslebt Und keine Ahnung Irgendwann wird das Schicksal Das schon regeln Irgendwann hat er eine Überdosis Irgendwann trifft er auf dem Familienclan Mitglied Und das wird geschehen Oder er wird sich Irgendwann das Leben dann selber nehmen Aber das ist dann alles Seine Mission Sollte man das nicht jetzt sein lassen Als alle anderen Für Anis und so weiter Für die ganzen Geschädigten Damit das Thema endlich vorbei ist Weil Was ist jetzt die Mission Was ist die Mission Die meisten Leute Es ist gefühlt keiner auf Mois Seite Okay Viele Leute sagen Er soll jetzt ein Mann werden Und endlich mal klarkommen mit der Trennung Andere Leute sagen Dass es gar nicht geht Dass er seine Kinder beleidigt Und bla 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 Es gibt ganz wenige Leute Die ihnen dann wirklich noch zustehen Die meisten Leute glauben Anis Weil es einfach eine Geschichte ist Die man einfach mehr glaubt Und sie halt einfach nüchtern ist Und nicht auf 10.000 Drogen ist Macht es Sinn Da jetzt noch zu schießen Macht es Sinn Das Thema jetzt immer noch So lange groß zu treten Anstatt es einfach Wie jedes Meme Einfach aussterben zu lassen Guck mal hier Oh mein Gott Oh mein Gott Fest zusammengekommen im Januar Ich gestehe Nur aus Angst vor Gott vor der Kamera Ich hab für sie gelogen Die ganze Welt hat gezweifelt Doch sie hat jetzt den Mut gefasst Und ihren Eltern gebeichtet Sie war von Angst erfressen Sie hat gezittert Seit Tag 1 Niemals die süße Lüge Warte mal Was ist denn mit der Frau von San Diego Die waren dann schon länger getrennt oder wie Also San Diego hat ja auch ein eigenes Kind Alter das ist eine kranke Stelle Das ist wirklich eine kranke Stelle Miss Meeting, Greet im November Erstes Mal verliebt im Dezember Fest zusammengekommen im Januar Ich gestehe nur aus Angst vor Gott vor der Kamera Ich hab für sie gelogen Die ganze Welt hat gezweifelt Doch sie hat jetzt den Mut gefasst Und ihren Eltern gebeichtet Sie war von Angst erfressen Sie hat gezittert Seit Tag 1 Niemals die süße Lüge Immer die bittere Wahrheit Wir durften nie zusammen sein Muslime und Jude Aber ich hab für diese Liebe geblutet Irgendwann ist man Also selbst nach 70 Reactions Boah Ist das krank Ich habe Gänsehaut Heilige Scheiße Meine Beine haben Gänsehaut Ich hab für dich mein Leben riskiert Doch wenn die ganze Welt dagegen ist Ich stehe zu dir Zurück zu Moise Sag wo bist du Hundesohn im Recht Stellst noch Ansprüche an sie Das finde ich ungelogen frech Frau und Schläger Abschauen deine Beine Unter meine Benzräder Wir sind keine Fremdgehrer Wir sind deine Endgegner Du warst nie mein Bruder Nur ein Flüchtiger Bekannter Fließt auf Deutschland Immer noch ein Flüchtiger Bekannter Das tut mir so leid für Moise Der wird dieses Video sehen Wie die sich da in die Augen schauen Das einzig krassere wäre noch Wenn die sich irgendwie noch so einen Kuss Durch diese Bandana geben Weißt du Wenn er jetzt das Bandana abnimmt Die küssen sich noch Das würde sein Leben auseinander nehmen Ich bete gerade einfach nur Dass es nicht passiert Dass sie das nicht machen Es ist egal wie schlecht ein Mensch war Aber wenn man Selbst wenn der Mensch dir was Schlechtes angetan hat Aber wenn du dem Menschen zurück was Schlechtes antust Hast du auch was Schlechtes angetan Und das Bitte nicht, bitte nicht Du kannst ohne mich auch weiterleben Das geht an mein Sohn Bro Ich kann das nicht mehr Ich verfolge es an Diego seit immer Holy shit Wir haben uns verliebt Dann ist es schwer sich zu kontrollieren Ist es richtig Wenn sie Videos aus Lache leaken Auch wenn es weh tut Jetzt ist der Moment Um abzuschließen Das geht an die Mutter Meines Kindes Schöne Zeit gewesen Bewahr den Frieden Du kannst ohne mich auch weiterleben Das geht an mein Sohn Du warst so stramm in dem Krieg Egal wer dich manipuliert Du weißt dass Papa dich liebt Ich bin stolz auf deine Reime Flow ist böse Habibi Du wirst rasieren Denn meine Eier machen Löwen Habibi Meine Eier machen Löwen Ist ne krasse Line Das ist What the fuck Ähm Ja Okay Der Sohn macht scheinbar auch Musik Scheinbar gar nicht mal so schlecht Ich mein das ist Vater Er wird immer sagen Dass es gut ist Aber ich bin sehr gespannt Wenn wir den ersten Song Von San Diego's Sohn hören Das ist interessant Klingt so als hätte er das Sorgerecht nicht bekommen Ähm Ja Ja Heilige Scheiße Was ist gerade passiert Und das ist nicht das letzte Kapitel Das letzte Kapitel Kommt nämlich jetzt Und das heißt Stand Stand in the mirror Okay Hallo Hey Anis was geht Und äh Hast du gehört den letzten Teil Ja er hat meinen Namen sowieso schon in den Trick gezogen Ich bin hier schon von allen Seiten abgestempelt Also let's go Wer Also Real Talk Die zwei Die Die zehn Prozent Die die Mäuste Die Thematik noch interessiert Davon sind vielleicht ein Prozent noch Leute Die Ihm glauben so Alles klar Habibi Ist ja sowieso alles nur Kunst Ja Komo Okay Alles klar Ach Okay Sie scheint damit recht locker klar zu gehen Aber auch ein bisschen komisch Also wenn das so So krass dramatisch ist Entweder Ich weiß es nicht Keine Ahnung Vielleicht hat sie es geschauspielt Für den Clip Ach du kleiner Hurensohn Was hast du dir dabei gedacht Liegst Bilder von deiner Exfrau Liegst Bilder von meiner Mutter Aber egal Du hast schon alles gesagt Jetzt ist es eh zu spät Guck was ich mit dir mache Vergiss nicht mit wem du hier fixt Und vergiss nicht mit wem du nicht mehr fixt Und Baby Es wurden Bilder von San Diegos Mutter geleakt Das habe ich auch nicht mitbekommen Falls ihr da mehr wisst Gerne wie gesagt in die Kommentare Ich wäre sehr gerne da up to date Es tut mir leid Aber das muss jetzt sein Stand in the mirror Du bist nach paar Nasenblas Wie Michael Jackson in Triller Bring dein Ende mein Biller Geh mit Anis aufs Hotel Zimmer nach dem Candlelight Dinner Während du pflänzt in der Villa Wird sie geleckt und gefingert Ich hab gehört Du rennst jetzt weg vom Mafia-Kreis Deine Ex hat in ihrem Bauch Wegen mir Butterflies Du Pussy macht mit mir Kein Schwanzvergleich Show me you claim to be a player But I fucked your wife Das ist krass Reib dir immer wieder unter die Nase Wie J-Reste Deine Perle klebt mir am Hals Ace-Kette Laberst rum Dass ich mit dir telefoniert hätte Doch ich geb fotzen Nur Gesicht Wenn ich Anis lecke Das Spendenbrechen Oh mein Gott Der wird so ausrasten Entweder schiebt er den heftigsten Psychotischen Lachkick Oder schlägt gerade irgendwelche Wände durch Mit seinen Händen Damals war weder ihr oder mein Interesse Stecke nur bei Sex mit deiner Ex Unter einer Decke Redest von Tapes Obwohl dein Schwanz nicht mehr steht Während du drohst Eins rauszuhauen Haben wir 20 gedreht Alter Boah ist das Ist das fies Das ist so gemein Das ist so gemein Den Koks haben nicht mehr geben Denn deine Unterhose stinkt noch ekliger Als Dosenpisch aus Schweden Der gute Seuss-Streaming Du willst deine Eier Vor ganz Deutschland beweisen Doch ich hab Anis gefragt Und sie sagt Mäus hat einen kleinen Sie wird bei mir Ja okay Aber Dinger Es ist halt die Ex Und die wurde halt schlecht behandelt Obvious Wird sie das halt sagen Aber es ist schon echt fies Wie die da vor der Kamera steht Mit dem Grinsen Das ist so bodenlos Was passiert in Musik Alter Ich hab Anis gefragt Und sie sagt Mäus hat einen kleinen Alter Das ist bodenlos Warte warte Diese eine Stelle Die nicht Warte Die nicht verwischt ist Dieses Dieses Unterschleidige Grinsen Das ist so blöd Sie wird bei mir allein Nach ein paar Worten feucht Sie ist nie gekommen Buddha Sie hat bei dir vorgetäuscht Sie lag wie ein Seestell Bei mir springt sie wie ein Känguru Erst nehme ich sie Digga Das sind Bilder Die wollen wir nicht Die wollen wir nicht Die wollen wir nicht Von hinten Danach stech ich dir Ein Gangtattoo Fick deine Babymama Sie steht auf Fingerspielchen Nimm sie auf dem Küchentisch Bei mir bekommt sie Princess Treatment Sie lebt breiter Stellung Riding Ach du Scheiße Oh Das ist deine Frau Hör auf so zu reden Tschüss mal Sie wird dich immer Bieder verlassen Der Stress der Abspritzer Deutschlands Gib ihr eine Stunde Auf Fisi Sie wird so laut Wenn ich drücke Gepiki im Lamborghini Du hast nie länger Als zehn Sekunden Ne Mami gedippt Noch einmal reinstecken Abgesprit Ich weiß gar nicht Wie ich diesen Part finde Ich glaube Also ich verstehe Wie er ihn runter macht Und das ist wirklich Eklig runter gemacht An Also er macht Mois mit diesem Part Sehr krass runter Okay Das fickt richtig rein Aber auf welche Kosten Das ist auf Anis Kosten Er sagt die ganze Zeit Wie sie von Mois gefickt wurde Wie schlecht sie Wie schlecht sie von Mois gefickt wurde Und wie gut sie von ihm Jetzt gefickt wird Das ist doch kacke Du kannst doch jemanden Wenn das ein Groupie wäre Okay Aber das ist deine Das ist deine Freundin So weißt du wie ich meine Das Boah Ich könnte das niemals machen Raff ich nicht Real Talk Raff ich nicht Finde ich nicht geil Glaube ich die Stelle Bro Warum so detailliert auch Hallo Chill mal Dein Wasserfall auf mir Ich kann gar nichts dafür Do not a step Schließ die Schlafzimmertür Du bist meine Sucht Ich kann nicht ohne dich Guck wie die Psychose kickt Excessi und Schore trip Du ziehst Hosen von Anisern Riechst an ihren Tangas beim Baden Statt die Klamotten Deiner Ex Solltest du Zwangsjacke tragen Was? Was? Warte mal ganz kurz Ich find's übrigens auch sehr mutig Von Sunny Dass er die ganze Zeit Auf diese Drogenschiene geht Dass Mois drogenabhängig ist Während er in seinen Songs Selber sagt Dass er halt Probleme hat mit Drogen Weiß ich jetzt nicht Ich kann nicht ohne dich Guck wie die Psychose kickt Excessi und Schore trip Du ziehst Hosen von Anisern Riechst an ihren Tangas beim Baden Statt die Klamotten Deiner Ex Solltest du Zwangsjacke tragen Oh Medusa Oh mein Baby Eine Kugel in der Hood Ohne dich Ja Er hat sich Ist aber wirklich eine schöne Frau Also jetzt mal Einfach objektiv Hammer Ich verlaufen dieser wandernde Hobbit Fick ich deine Ex-Frau Oder jemand anderen doppelt Mois Anis Chris Brown Rihanna Sexu Kach Kach Was 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 Nach erster Ehe Habibi zwinker zwinker Was 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 Nochmal nochmal Was Missbrauch im Keller Rückbank in meinem weißen Mercedes Menissen freimal täglich Und das beste daran ist Der Sex ist einvernehmlich Du bist ein Fitnessstifter Bringst Leute hinter Gitter Was hab ich mitbekommen Mois ist ein Kinderficker Immer vorsichtig ne Noch ist nichts bewiesen Aber alter Wenn das auch noch stimmt Was war nach erster Ehe Habibi zwinker zwinker Man hat ein schlechtes Bild von dir Da hilft kein Insta-Filter Sunny dein Abi Schatz in deinem Body Nimm deine Frau Und deine Mutter Überlasse ich Fahrrad Und jetzt sparg ab auf den Diss Du kranker Narzisst Deine Mama gefickt Zug ins Sehen Son of a bitch Ich würd auch gern Bilder Von ihrem fetten Körper leaken Doch bei der Datei Größe Müsse ich nen eigenen Server mieten Weil man Auf normaler Cam Den Körper nicht sieht Im Vollformat Bräuchte man Den Google Earth Satellit Dweier Mama Der Gaston Diego Bringt Mutter Lines Vor GTA 6 Das ist krass Prästitutka du verwöhnter Peach Die Dicke dreht sich auf meinem Schwanz So wie ein Döner-Spieß Dinger das ist ne Dinger das ist ne Scheiße Weier Mama Prästitutka du verwöhnter Peach Die Dicke dreht sich auf meinem Schwanz So wie ein Döner-Spieß Laufen mit Krückstock Wegen Plautze die Rick Ross Geht mit High Heels nach draußen Und kommt nach Hause mit Flip Flops Der Dog bringt schlechte Nachrichten Ins Krankenhaus Zimmer Ihr Cholester Regenspiegel Elefant in dem Mirror Blutgruppe-Nutella-Mutterwitz Bro Das kenn ich seitdem ich 8 bin Was? Was? Dinger erbringt Skibbidi Toilet Lines Dinger nein Was ist denn noch Sunny geworden? Der Metzger Hurentochter hat Fressflash Noch ne Grillplatte Skibbidi Top Yes, yes Ah nein Das ist gar nicht Entschuldigung Nein, nein, nein Das ist nicht Skibbidi Toilet Nicht ausrüsten Sorry Nehm ich zurück Das war dieser Dieses komische Wurm-Dings Alter Das ist ja auch ehrenlos Was für ein Bild Der gerade zeichnet Von der Schwester Der Metzger muss sie Wieder aus dem Stall lassen Denn das fette Schwein Kann man nicht halal schlachten Sie hat nen Elefantenarsch Die Junkiebraut Schultern wie ein Türsteher Mama war der Mann im Haus Sie ist ausgeleiert Wir waren locker Mit 10 Mann drin Ihre Fotze sieht aus Wie das Monster Von Stranger Things Oh, es gab Ich glaub der Song Hieß Planktonweed damals Da gab's auch irgendwie Mit Minimum 10 Leuten Deine Bitchmutter Knallen mit Minimum 10 Leute Deine Bitchmutter Irgendwie sowas Keine Ahnung Wirklich ein sehr geiler Double Time Nennst du dein Label Ziegenstall Records Weil die unzuchttreibende Kachbar mit Vierbeinern Sex hat Werd deine Mann prostituieren Einmal Nutte Immer Nutte Da muss ich den Fahrrad Korrigieren Knall die Gildfahrt weg Selbst nach dem Tod bleibt Sie ne Hure Und wird Schwänze In der Hölle So wie Lil Nas X Du musst mehr Bei diesem Track wegstecken Als deine Mama Luisa Bei einer Gangbang Session Du Bastard Ich werd in ihr Loch abspritzen Ich schwängere deine Mutter Und dann lass ich den Hurensohn Deine Tochter ficken Was? Digga Da ist so viel Familiengewirr Alter So viel Familienstammbaum In diesem District Loch abspritzen Ich schwängere deine Mutter Und dann lass ich den Hurensohn Deine Tochter ficken Oh Ah Weil Den Hurensohn Also entweder Disst San Diego gerade seine Ex-Frau Und sagt damit Dass seine Ex-Frau ne Hure ist Und lässt aber dann seinen Sohn Die Tochter von Mois Ficken Weil er hat ja auch gesagt Er datet sie Ne Im Kontext Oder ich raff diese Line nicht ganz Spuck auf euch Was für ein Incest gesorgt Deine Sippe sind Kinderdiebe Wie in City of God Ich drück ab Und lass die Leiche Deiner Mutter In den Arsch ficken Und danach Darf Pixi auf ihr Grabpissen Der ist Nichts mehr geblieben Außer dein Weed Maggie Sonny Diego Auch bekannt als Neuer Stief-Daddy Wir schlagen dich behindert Mit Mafia-Gang Doch was noch mehr wehtut Ist wenn deine Kinder Mich Papa nennen Oh mein Gott Bro Emotional Damage Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Die letzte Line War bodenlos Real Talk Bodenlos Ach du Scheiße Das war Ein absolut Kranker Diss-Trick Wieder ein halbstündiges Ding Wie wir es von San Diego Kennen Wenn er einen Diss-Trick Raushasselt Schon seit damals Ich weiß gar nicht Was ich sagen soll Ihr könnt glaube ich Echt so ein kleines Bingo-Spiel daraus spielen Wenn ihr die Reaction Anguckt zu diesen Videos Ne ich bin wahrscheinlich Der erste und der letzte Von dem ihr die Reaction seht Macht so ein Bingo-Spiel Wie wird der Reaktion Der Reactor Wird da irgendwie auch mal so Kach Kach sagen Oder Man in the Mirror Oder sowas Macht gerne mal so ein Bingo-Feld für euch Wenn ihr euch die Reactions Anguckt Ich glaube das macht es Noch mal ein bisschen Unterhaltsamer Ansonsten würde ich sagen Hoffe ich dass euch Meine Reaktion dazu Gefallen hat Ich bin sehr gespannt Wenn Mois natürlich Einen Song dazu Hochlägt Dann werde ich natürlich Der Fan ist halber Auch die andere Seite anhören Ich hoffe dass euch Das ganze Uncut auch Okay gefallen hat Ich hoffe dass es Ganz gut geworden Lasst mich gerne Eure Meinung zu den ganzen Thematik sachlich Und freundlich Ja es geht nicht gegen mich Es geht nicht gegen dich Es ist von niemandem Wir sind eigentlich Außen vor Wir haben damit eigentlich Gar nichts zu tun Aber eure Meinung Könnt ihr natürlich gerne Trotzdem normal Unten da lassen Klärt mich gerne auf Wenn ich irgendwas verpasst habe Und dann würde ich sagen Lasst gerne ein Like nach oben da Abonniert den Kanal Damit ihr nichts mehr verpasst Und wir sehen uns Im nächsten Video wieder Haut rein Ciao ciao Dich jagen keine Entertainer Dich jagen NRW La Prada Aber niemand hat dich mehr Als deine Englischlehrer Einmal die Woche duschen Jump von Taxi zu Taxi One Peach Strohutpenner Junkie die Raffi Man muss sich Zwangseinweisen lassen Dann glaube ichdefense Und dann